. Okay, los geht's! Liebe Fans, ich bin's wieder, Philipp, euer Team Deutschland Fan Reporter. 2016 hieß es Bom Dia, da war ich für euch in Rio am Start, da war es noch schön warm. Aber jetzt kommt der Winter und ich nehm euch mit auf dem Weg der Athleten nach Pyeongjang zu den Olympischen Winterspielen 2018 und ich sage Annyong Asiyoy. Ich bin für euch ganz nah dran. Ich darf Dinge, die andere nicht tun dürfen. Mit mir lernt ihr die Sportler von einer ganz anderen Seite kennen. Darum bin ich froh, ein Rodler zu sein, ein Rodler zu sein, ein Rodler zu sein. Ich gehe für euch an die Decke oder zu Boden. Ich gehe für euch in die Luft. Ich schmeiß mich in richtig scharfe Klamotten. Seid also dabei mit dem Team Deutschland Fan Reporter auf dem Weg nach Pyeongjang 2018. Hier auf den Kanälen des Team Deutschland. Berlin-Order im Kanzler sind in der Welt zum Lichter hat. Berlin-Order im Kanzler sind in der Welt im Kanzler mit dem Kampf hart zu sein, Berlin-Order im Kanzler beginnt, wenn ich einenぁer Angriff mit einem Wormsorfer zum Glück